Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, um die Zeit des Lockdowns zu überbrücken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Zeit der Ausgangssperre auch gut zu überbrücken. Eine sehr profitable ist natürlich das Lesen. J.K. Rowling, die Erfinderin von Harry Potter, hat die Lockdown-Zeit genutzt, um einmal einen Krimi zu schreiben. Die deutsche Version der fünften Folge ihrer Cormoran Strike-Romane umfasst 1220 Seiten, die englische Troubled Blood 940. Sie hat aber nicht nur im letzten Jahr einen Krimi geschrieben und veröffentlicht. Sie hat auch ihr erstes Kinderbuch seit Harry Potter publiziert, der Icaboc. Und über diesen Icaboc werde ich Ihnen jetzt ein bisschen etwas erzählen. Also, was man J.K. Rowling wirklich zugestehen muss, sie ist eine großartige Erzählerin. Sie kann Geschichten erzählen, die die Leserinnen und Leser in den Bann ziehen. Sie versteht es, tolle Figuren zu kreieren. Sie versteht es, Spannungsbögen aufrechtzuerhalten. Und das ist auch etwas, das ihr mit diesem Kinderbuch wieder hervorragend gelungen ist. Also, wir Erwachsenen tun uns wahrscheinlich leichter, im Lockdown die Zeit totzuschlagen. Für Kinder ist dieser Icaboc eine tolle und spannende Lektüre. Aufgebaut ist das Buch wie ein Märchen. Also, es ist so in der Form von «Es war einmal» und so weiter erzählt. Es ist spannend geschrieben. Und die Hauptpersonen sind Kinder. Es gibt einen König. Und das Böse spielt natürlich auch eine Rolle. Am Ende siegt natürlich das Gute. Und die zwei Kinder, ein Mädchen und ein Junge, verhelfen dem Guten eben zum Sieg dabei. beginnt das Buch im Schlaraffenland, in einem Land Schlaraffien, das von einem König regiert wird, Fred der Furchtlose. In seinem Land geht es allen gut. Es herrschen wirklich paradiesische Zustände. Es gibt genügend zu essen, es gibt gut zu essen. Alle leben gut und friedlich miteinander. Der König hat allerdings zwei Berater, die der Schwäche des Königs huldigen. Also, dieser Fred, der Furchtlose, ist wahnsinnig eitel und selbstgefällig und erinnert unterschwellig ein bisschen auch an den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Trump. Er liebt es, gelobt zu werden. Er liebt es, wenn man ihm schmeichelt. Und seine beiden Berater verstehen das ganz, ganz ausgezeichnet. In diesem Buch wird auch ganz toll aufgezeigt, wie Angst und Lügen einen an und für sich perfekten Staat in eine Tyrannei verwandeln, wo eine Lüge, die einmal erzählt wird, immer neue Lügen nach sich zieht. Ein ganzes Spinnennetz aus Lügen, Falschmeldungen wird in Schlaraffien aufgebaut. Die Rechtschaffenen enden im Gefängnis. Der Wohlstand geht zurück. Und alles dreht sich um diesen Icabok. Ein Monster, das es eigentlich nur in der Vorstellung von ein paar Menschen gibt. Also, dieses Monster, das lebt in den Marschländern, oben im Norden des Landes. Und von diesem Monster erzählt man sich, dass es Kinder frisst. Und wenn Eltern eben ihre Kinder dazu auffordern wollen, dass sie eben ins Bett gehen oder dies oder jenes tun, sagen sie, tu das, sonst holt dich der Icabok und frisst dich. Dabei gesehen hat diesen Icabok eigentlich niemand. Und bei einer der jährlichen Audienzen des Königs kommt ein Bewohner des Marschlandes zu ihm und sagt ihm, sein Hund sei vom Icabok gefressen worden. Und der König, weil ihm danach ist, eine Ruhmestad zu begehen, entschließt sich aufzubrechen in diese Marschlande und eben den Icabok zu besiegen. Denn es kommt dort zu einem Unfall, zu einem Unglück und das Unglück wird mit einer Lüge kaschiert und das Ganze entwickelt sich dann eben zu einem Geflecht aus Lügen und das dazu führt, dass der Staat eben eine Tyrannei wird mit weißen Häusern, wohin Kinder abgeschoben werden, weil Eltern nicht mehr in der Lage sind, sie zu ernähren. Und um zu zeigen, wie spannend und interessant J.K. Rowling die Geschichte erzählt, lese ich ganz kurz die ersten zwei Absätze. Na, der erste genügt. Es war einmal ein kleines Land, das hieß Schlaraffien und wurde seit Jahrhunderten von einer langen Reihe von Königen mit blondem Haar regiert. Zu der Zeit, von der ich hier schreibe, herrschte König Fred der Furchtlose. Das, mit dem der Furchtlose, hatte er am Tag seiner Krönung selbst verkündet, weil es zusammen mit Fred so schön klang und außerdem, weil er einmal eine Wespe gefangen und totgeschlagen hatte und das ganz alleine, wenn man die fünf Diener und den Stiefelknecht nicht mitzählte. Wie die Geschichte weitergeht, also das könnt ihr alle selbst herausfinden. Viel Spaß und gute Unterhaltung mit dem Ickerbock.